die drachenhaut ist auch verstanden ja irgendwelche symbole die der an sich trägt irgendwelche irgendwas was auf verkiner potenziell irgendwie verehrung hinweist in der umgebung zumindest nicht an ihm nein also du siehst du kannst mal färten lesen würfeln das kannst du auf alle fälle machen aber ihr könnt dann näher und näher kommen und es gibt hier auch sowas wie zivilisation die da gewesen ist vor allem steht da wohl schon seit längerer zeit denn eine große hölzerne brücke oder steg führt dann eben auch über umwege zu ihm also dass man da dann nicht in diesen leichten morast treten müsste wenn ihr dann näher kommt das ding ist wirklich gewaltig zum thema färten lesen ich hätte zwei also momentan nur eine passende geländekunde also gebirgskunde ich würde hier vermutlich zählen falls es überhaupt in dem fall zur anwendung kommt ansonsten sind es vier also du siehst spuren von zivilisation die hier wohl war und die den auch erkannt hat aber keine verehrung keine keine opfergaben die ihm gebracht worden sind auch kein blut was hier drum herum verteilt liegt aber du siehst relativ frische spuren die wohl von barfüßigen menschen vor kurzer zeit getätigt worden sind ich wäre vorsichtig und wachsam könnte sein dass hier vermutlich für china aber es wäre möglich dass ich hier welche rumtreiben die reagieren gewöhnlich eher ungehalten auf gäste gillian du kannst sechs spuren von verschiedenen großen menschen erkennen wohl nicht größer als 170 würdest du meinen alle barfüßig dazu erkennst du aber auch in der entfernung wenn du dich beruf noch mal 50 meter weiter begibst gerüstete spuren von platten füßen würdest du meinen interessant sieht man hier waren sicherlich sechs personen er muss dass du die gefährten die wöcheln für leute große leute kleine leute eine hand weit kleiner als ich der größte sicherlich alle barfuß allerdings doch vorne wenn ihr die spuren euch ansieht schon ergerüstete zu sein also meinst du so meinst du sollst du sagen richtig großen ritter oder so oder so was wie er ich zeigt man auf den piraten und dann von den spuren her und der belastung die füße aufgetreten sind ritter ist nicht das richtige wort du soll ich dir sagen was ein ritter ist ja ist kein problem nein nein ritter die war eine kleine wir haben aber er ist da dritte ist nicht das richtige wort was machen die hier so dasselbe wie wir im gebirge unterwegs sind kann mir jemand das große ding erklären ich habe noch nicht so ganz verstanden wieso die statue hier steht dies war 1 2 1 ein troll oder ein kleiner riese der hier versteinert wurde und ein toll ich habe noch ein toll gesehen interessant recht groß ist irgendwie bekannt dass hier irgendwo ein verschlechter troll rumsteht also dir zumindest nicht du warst auch nicht so oft jetzt runtergeschrieben vor allem nicht auf dieser seite das war so ob die fair kinder sowas erzählen ich weiß nicht wie gut kennst du dich mit den fair kinder hier aus wüssten weiß es nicht was man darauf würfeln könnte ich habe deren sprache auf einem sinnvollen wert aber ansonsten geschöpft sagen sagen und legenden das sind sagen und legenden alter meine wüffleute ja mit vier vermutlich nicht ja also das ist schon sehr lokal colorit würdest du meinen kann 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 mal sein dass der ein oder andere troll von berichtet worden ist aber diesen speziellen troll kannst du so nicht zuordnen nun steht es lange oder ich weiß es nicht mir ist also man hört immer mal wieder von einzelnen trollen aber nichts mir fällt jetzt nichts konkretes ein ja ich möchte eure stimmen sinken bevor unsere nun unsere gesellschaft den selben eindruck hat wie ich und zwar wir sind nicht allein es werden stimmen an uns herangetragen den fluss darüber weibliche stimmen das ist nicht die amazon scheint mir nicht der fall zu sein außer es sind sehr männlich klingende frauen soll es aber auch geben es ist so wie eine frau ob sie uns feindlich gesonnen sind oder nicht ja und was machen wir jetzt mit der statu bleibt die stehen oder müssen wir die mitnehmen weil die schon ziemlich groß ist ich glaube nicht dass wir die mitnehmen können sie bleibt hier stehen also grell die klopft klopft jetzt mit durchaus mit einem seiner wurf beide mal halbfest gegen diese stein stadt solide klingt also es klingt es klingt nicht als wäre das stein aber es ist trotzdem steinhart also auch wenn du gegen den drachenschuppen ledergurt klopft also gegen diesen rock oder gegen die verschiedenen anderen sachen die die klingen nicht wie stein aber sie sind trotzdem fest moment drachenschuppen na das ist nicht zufällig einer von den trollen mit dem wir damals auf drachenjagd gegangen sind kurz vor der seadler also vielleicht aber das war damals in den tollsacken und nicht also du hast ihn ja damals noch gesehen nein vom gesicht ist das nicht so weit entfernt war ein trolle trolle ja gar nicht mehr so aber trolle jagen ja öfter auch mal drachen das klingt auf jeden fall komisch das klingt neben der stein trolle sind eine sind ein volk das auf eine gewisse art und weise mit dem erz verbunden ist wir sollten ihn einfach so lassen und vielleicht nicht fest draufhauen und uns lieber darauf konzentrieren wer da hinten ist sie scheinen uns wohl noch nicht bemerkt zu haben sie schon sehr freundlich gesund oder froh gesund wir lachen über irgendwas wollte es hier umgehen oder wollen wir einfach ihre gesellschaft auf so wir haben ja nichts zu verbergen also ich würde mich über keine würde einen weiteren gefährten am lagerfeuer mit dem ich meinen tee teilen kann nicht abweisen hat jemand die möglichkeit sie zu orten oder zu beobachten auf größere distanz ja wenn ihr möchtet kann ich mal eben da hinlaufen und mir die angucken die sind auf der anderen seite das fluss rogel du würdest dich nass machen und vielleicht mitgerissen werden oder ach du bist ja ein goblin auserwählter oder sowas hatte ich gehört du hast ja bestimmt deine möglichkeiten ja ich würde nach der fuhr zu ist bestimmt irgendwo eine äh sagt kassim äh ihr sagt diese äh barbaren dieser gegend fachina sind ihr sie sind sie feindlich oder eher freundlich gesonnen gegenüber wandernden es kommt drauf an wie die wandernden ihnen gegenüber auftreten als barbaren lassen sie sich ungern zeichnen das ist ein volk mit einer uralten tradition und ausgeprägten kultur wenn sie hören dass sich schüler von meister rach waren über nulian schwer war dann werden sie vermutlich keinen streit mit uns suchen wie sagt wird vermutlich kann sein dass es ein oder streit lustiger stamm ist wir müssen nicht immer alles so abweisend sehen sie könnten uns auch eine große hilfe sein auf unserem weiteren weg wirklich einheimische sind das probleme was ja gerade haben wenn wir tatsächlich nun rasten müssen ist entweder wir suchen uns hier auf dieser seite des flusses ein unterstand wo unsere feuer nicht gesehen werden oder aber wir sollten offen mit ihnen kommunizieren wirklich weiter reisen können wir nicht wenn wir ein lager in der noch in der helle suchen wollen wir müssen uns also entscheiden was wir tun wollen soll ich nicht mal an den fluss mich schleichen und gucken ob ich unsere vielleicht freunde sehen kann der fluss so reißend wie er sein mag kann auch ein schutz sein sie können nicht einfach in über stürmen falls sie uns angreifen wollten wenn ich mir diese fels ausbucht und hier so anschaue abgesehen von diesem troll der ein wenig beunruhigend wirkt wäre jedoch durchaus ein angemessener lagerplatz die felsen sollten uns windschutz und sichtschutz bieten man könnte hier durchaus ein lager aufschlagen und wir können noch ein stück weiter wir sollten kein risiko eingehen vielleicht und hier übernachten ich denke auch dass sie nicht mehr als brauchbar wäre ja gut jetzt wenn wir jetzt übernachten dann gehe ich jetzt vorher holz sammeln weil ich glaube es wird kalt ich werde ich gerne helfen ich werde diesen platz erst mal genauer an okay ich gehe schon mal los sammeln bin gleich wieder da zu zweit nur zu zweit gut ich gucke mir den troll mal mit dem oder mann okay gillian möchte den lagerplatz bestimmen die anderen möchten feuerholz sammeln dann qualität des lagerplatzes probe wildnis leben probe es ist bereits dunkel nein je nach region hochgebirge plus vier hast du eine gelände modifikation gebirge ausgezeichnet das ist eine minus drei trotzdem kriegst du eine plus vier dann bist du bei einer plus eins zur zeit du beginnst eine stunde vor sonnenuntergang minus drei jahr das passt du hast die gelände kunde minus drei hattest du schon andere helden helfen gesuchen aktuell nicht die die sammeln hat feuerholz ich helfe mir nicht mit dem oder im feld ne du bist jetzt mit dem oder mit dabei die helden werden verfolgt oder müssen auf geheimhaltung achten plus fünf aktuell wollte die er geheim bleiben korrekt genau also dann sind wir bei einer plus eins waren wir eben minus drei sind wir plus zwei moment minus zwei minus zwei und dann plus fünf sind wir dann bei der plus drei so das heißt von den elf sternchen bleiben acht übrig dann kannst du dir von diesen schönen modifikatoren noch acht stück aussuchen nahrungsversorgung ungeziefer und insekten versteckt und blickgeschützt wind geschützt oder nicht ebenen untergrund darfst du nicht nehmen den den bekommst du hier nicht aber alles andere könntest du noch mal machen der individuell starbplatz muss für alle bestimmt werden aber mit den acht sternchen könntest du dir dann die acht sachen aussuchen also zum beispiel jagdgebiet von raubtieren wäre es dann nicht wenn du es dann noch das grüne zieht man wurde mit zeit lassen auf dem toll da bin ich jetzt neugierig ja der toll ist leicht magisch das eben der untergrund fällt hier flach genau eben der untergrund darfst du nicht nehmen alle anderen dürftest du nehmen hast acht sachen zur verfügung sind 1234 drei stück kriegst du nicht was sagt die wetterfeuersage hattest du noch nicht gewürfelt die wetterfeuersage sagt dass es vor allem kalt wird regnerisch wohl nicht und auch kein schnee das ist im zahljahr auf alle fälle möglich aber kalt also feuer wäre schon sinnvoll und wälder wälder sind ja sowieso immer in der nähe zumindest gerade um euch drum herum aber ob das alles brennholz oder brennmaterial wäre das ist natürlich noch was anderes frageweise wegen trockener untergrund ist auch für regeneration super wichtig genau das für regeneration wichtig und wenn du das nicht nehmen solltest kann es halt sein dass ihr euch dann irgendwie in den matsch liegt weil der t war hier eben auch sehr sehr sprudelnd ist dass das da kann eben alles mal passieren ja wir werden wir trockener und der politiker schmalen nehmen sogar sie mit ihnen ohne gewirkt dann wollte unser bauern wollte feuerholz sammeln dann gibt mir mal eine der preu du kommst ja klar wie immer zu zweit okay dann gibt mir mal noch eine wildnisleben probe und danach eine sinne schärfe in welche richtung geht ihr die richtung in die ich uns gezogen habe nach hier nach links weg alles klar sinne schärfe 13 wildnisleben nicht gelungen aber die wildnisleben probe von hal dann ist gelungen dann kann preu du haltern dabei zu sehen wie ihr feuerholz und feuerholz auf glaubt und das daneben zusammen rafft während du dir dann wohl auch so ein bisschen die spuren ansiehst die dir der droide schon gezeigt der droide schon gezeigt hatte und zwar von den gerüsteten er sagte wohl amazon das sieht ja wohl am gang das kannst du gerade nicht ganz nachvollziehen aber wenn du so ein bisschen über den thema hinüber blickst der denn hier wohl abzweigt kannst du weitere spuren erkennen und siehst da wohl vor allem hörst du was vor allem hörst du jetzt auch weitere stimmen oben du siehst sie noch nicht genau aber oben auf den höheren klippen unterhalten sich wohl sehr leise dass durch das rauschen mit dem fluss ist das fast gar nicht zu hören aber unterhalten sich wohl sehr leise auch mehrere frauen die solche stöcke aufheben sonst hast du keinen vorher in der hand preu das habt ihr doch schon gezeigt ja du machst du schon sehr gut dort lieber dicker stock aber ich höre frauenstimmen hier scheinen wirklich am zum nächsten sein er wurde ihn dort oben ich hätte sie nicht also da meinst du ich zeig mal in die richtung so über den fluss drüber was stunden war die richtung ob ja ja genau über den flussrohr naja dort drüben wo ja genau vielleicht sollten wir etwas bei ich weiß nicht ob sie uns vorgesonnen sind ich habe eine gute idee halt mal das teuer holz ich will doch hier hin ja bin ok ich leg's auf den boden ich gehe da vorne auf den baum klettern und dann kann ich euch sagen was das für leute sind aber fall nicht drunter ich bin schon auf bäume geklettert also wirklich als damals im dorf bin ich auf bäume geklettert auf dem feld bin ich auf bäume geklettert ich möchte den baum hochklettern dann ja kletternprobe plus drei na wobei kletternprobe plus minus null du kannst jetzt natürlich auch noch dein klettergeschirr rausholen nein wüsste ich nicht warum er das machen soll das wüsste ich jetzt nämlich auch nicht plus minus null ist es dann geschafft du hast dann teer wie von zehn sogar drin krass ich kann klettern und wenn du dann höher und höher steigst auch relativ nach oben es dauert ein bisschen länger du kannst auf der anderen flussseite und zwar nach norden hin kannst du zelte sehen drei stück ein prasselndes lagerfeuer und so ein paar vorräte die da stehen sechs personen die sehr wild aussehen sechs ferkinas die sich da wohl bei bisschen alkohol unterhalten ziege die da wohl irgendwo angebunden ist und ja die haben gute laune und auf der linken seite von dir nach westen raus siehst du amazon und zwar sechs sieben sieben stück sind wohl auch ein paar pferde dabei zwei drei stück die sind aber auch gerade nicht die sind nur angebunden und die amazon sind gerüstet und blicken ebenso wie du es eben getan hast über den fluss hinüber zum lager der ferkinas was ist halt ans wissen a über ferkina b über amazon vermutlich bei amazon die haben irgendwas mit ronra zu tun und ferkina sehen so aus als würden sie einem aufs maul hauen wenn man zu nah dran geht richtig das ist zumindest die einschätzung die du so also du hast amazon vorher sicherlich noch nie gesehen und auch ferkinan noch nie gesehen aber die einen sehen sehr kriegerisch aus und die anderen sehen auch sehr kriegerisch aus wobei die einen haben gute laune und lachen und die anderen sehen mürrisch aus ok kann ich auf sagen und die gehen wir finden zumindest zu wissen dass amazon was mit ronra zu tun hat ja also das gebe ich dir götter und kulte ok das ist eine einfache götter und kulte probe von denen hast du gehört die sehen auch böse aus sie sehen auch böse aus ja dann möchte ich wieder von meinem baum runter klettern diesmal möchte ich mir aber mühe geben dass mich dabei niemand sieht weil jetzt sind ja so viele leute die alle böse sind dann möchte ich fast das sieht auf jeden fall prei nur ich bin gerade noch ganz entspannt zu dem baum gelaufen und jetzt siehst du wie halter sich von einem gebüsch ins andere schlägt was machst du denn da natürlich sind ganz viele leute also deine damen die haben alle also die sind alle sehr trainiert aus ich glaube die kämpfen ganz viel also diese aus wie krieger und da vorne sind die anderen die sind ganz groß die sind auch aus wie krieger und die trinken gerade die ich glaube da sollten wir uns vorstellen die sind net also die sind netter aus als die amma amma amazon amma ich so ja dann sind das vielleicht doch die guten weil am ronra ist ja schon was gutes also ich glaube die einen mögen die anderen nicht ich weiß aber nicht warum ich glaube auch nicht dass die wissen dass die da sind vielleicht sollten wir uns in dieser belange nicht einmischen das kann nur schief gehen naja also wenn das ronra ist freunde sind dann sollten wir schon mit ron als ronra ist freunde ist ja schon was gutes nun ja ja grundsätzlich ja wie wäre es wenn ihr diesen feuerstapel feuerholz aufnehmen und wir gehen zum lager zurück also ja können wir machen aber wir müssen jetzt irgendwie vorsichtig sein weil ich das ist meine einschätzung kann man über diesen fluss schwimmen wenn ich jetzt hier so am fluss steht was also das sind kriegt das überhaupt jemand hin wird es das unmöglich also das ist möglich wohl weniger schwimmen schwimmen wird sehr sehr brutal aber du kannst eine fort durchqueren selbstverständlich und zwar zu fuß das ist schon schwierig ist die körperverschungs probe die pro zehn schritt abgelegt werden muss also wenn die wenn die fort ein bisschen größer wird und das kommt ein bisschen darauf an wie ist die wassertiefe wie ist die strömung ist die beladung und wie ist der untergrund aber ich würde jetzt zumindest den leuten nicht gesehen habe das körperlich erstmal zutrauen also die seien körperlich alle so fähig aus die könnten das schaffen die könnten das schaffen ihr könntet das sicherlich auch schaffen an der richtigen stelle der fluss hat ja auch verschiedene strömung stärken das ist kein hindernis zumindest kein großes hindernis aber es wird euch zeit geben sollten die kommen oder das rum solltet ihr kommen genau ja also präuturen siehst du da vorne da wo das wasser so schnell ist da sollst du nicht rüber da wo das wasser nicht so schnell ist siehst du das wenn du da lang gehst dann kannst du durch den fluss gehen und wenn die durch den fluss gehen können dann ist das nicht so gut glaube ich für uns also außer die sind natürlich auf unsere wandern ist wird das schon gut wir sollten vorsichtig sein und wir uns vorstellen wir sollten erst mal die anderen informieren welche leute hier im gebirge noch herumschöpfen möchtest du auf dem rückweg ein bisschen feuerholz tragen damit ich noch mehr mitnehmen kann oder möchtest du weiter ausschau halten ich halte wohl besser ausschau und du kümmerst dich wohl um das körperliche beischauen ja also im feuerholz am ende haben hier durchaus erfahrung habe ich euch ja schon mal erzählen aber wir sollten jetzt wirklich leise reden da habt ihr wahrscheinlich recht haben wir schon gesehen was meinst du also glaube ich nicht also die dahinten auf gar keinen fall weil die sind am feiern und trinken die sehen auch aus als hätten die spaß aber die sind sehr groß dann wollen wir doch zugeschleicht nicht wahr das sollten wir jetzt nicht einmischen was möchten die anderen in der zeit tun muss aber mal schauen also ihr habt ausgewählt feuchter boden ist nicht wind geschützt ist es es gibt keine ungeziefer oder insekten in der nähe ist es versteckt und dick geschützt ist es gut zu verteidigen ihr habt brennholz das hat ja rogel schon geholt es gibt keine raubtiere und das gewässer ist trinkbar also dass hier natürlich gewässer ist das ist so oder so klar aber es ist eben auch trinkbares wasser ihr habt keine nahrungsversorgung habt ihr aktuell noch vorräte und ihr seid nicht vor regen geschützt das hatten wir ja mit der wetter vorhersage immer geguckt wie wahrscheinlich das ist dass das problematisch wird genau und so könnt ihr dann eure zelte die ihr dabei habt könnt ihr dann im prinzip auch über den troll spannen wenn ihr möchtet könnt das natürlich auch anders tun aber der troll würde perfekt sein um da so eine plane drüber zu ziehen ist natürlich ein bisschen stillos der troll ist leicht magisch wenn ich ihn analysiere er wie ein magisches wesen oder wie etwas wären wirkende spruch wir entwirkende spruch moment wie viel habe ich nur hier die befragte für uns zu den verwandt beten der elementarbahn würde auch reichen auch lieben liegt ein zauber der merkt mal form also während kassim seine neugier frönt wird grell dich die feuerstelle vorbereiten und die zelt aufbauen hat der nur form nicht merkt mal erz hast du auch mit dem modem mit dem bodem kannst du höchstens ein dominantes merkmal herausfinden dass schon eigentlich viel ich habe für kassim gefragt kassim guckt guck gerade mal die hoch waren dann oder 77 ja da brauchen anderes also sieben recht habe ich um dämonische versorgung zu erkennen aber ansonsten ja also du hast du hast das gefühl da steckt noch irgendwas anderes hinter das ist jetzt nicht einfach ein parallel das ist es nicht das ist irgend das ist seltsam es liegt irgendein spruch auf diesem troll körper vielleicht einfach versteinerungs zauber war irgendwie da ist noch mehr ich bin mir nicht ganz sicher